Hallo, ich bin gerade beim Klettern. Ich habe ein bisschen Höhenangst, aber ich freue mich auch dazu. Also wir machen das mit dem Einbinden hier mit der doppelten Acht. Die Acht ist nun schon im Seil, deswegen wird das Seil hier einfach durch die Anseilschlaufe geführt und wir knüpfen den Knoten einfach einmal nochmal nach. Ja, und das Ende vom Seil soll immer mindestens eine Handbreit noch lang sein. In dem Fall sind es sogar zwei Handbreit immer gegenseitige Kontrolle, bevor es losgeht. Aber in meinem Sport ist es wichtig mit Gewicht? Mit Gewicht, da werde ich gleich noch jemanden holen, der zusätzlich hinten mich absichert. Also man soll nicht mehr als 20 Kilo auseinander sein. Weil ich glaube, wir sind über 20 Kilo unterschiedlich. Könnte sein, aber da wird gleich jemand mich noch mit festhalten. Ja, das ist anstrengend. Aber es macht Spaß. Ich habe ein bisschen Höhenangst. Aber wenn ich nur nach vorne schaue, dann geht es eigentlich. Ja, zum Glück habe ich keinen Gegner da oben, der neben mir kämpft. Wie hat sich denn der Herr Müholm geschlagen? Er hat sich gut geschlagen. Es war ein ganz angenehmer Schüler. Also in den leichten Routen kann man viel noch mit Kraft machen. In schwereren Routen geht es dann wirklich um die Technik. Die habe ich nicht benutzt. Es war nur Kraft pur. Wenn ich nach oben gehe, dann wird das Seil schlappen. Und du ziehst immer ein. Bevor wir losklettern, was fehlt? Ich habe es geschafft in 37 Sekunden. Viel wichtiger ist etwas anderes, bevor man losklettert. Das ist kein Wettkampf. Nein. Viel Spass. Ich werde es haben. Ich habe eine schnellere gemacht. Gut. 1-1. Auf jeden Fall.